Eine sehr schöne und grüne Stadt in Baden-Württemberg. Wir fliegen gerade über das Karlsruher Schloss. Früher war es die Residenz der Markgrafen und Großherzöge, also den Herrschern von Baden. Heutzutage wird das Schloss unter anderem als Museum genutzt. In Karlsruher wird Erdöl raffiniert. Westlich von Karlsruher fließt der Rhein. Der Rhein fließt durch neun Staaten und durch ganz Deutschland. Somit ist er eine der wichtigsten Wasserstraßen. Ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com Fing. Copyright Untertitel. Werhtell TGmb. Vielen Dank.